Hallo Fans, traurige Nachricht, Marcos Reus hat eine Entscheidung getroffen, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Halt sind, zurück zum Thema, Marcos Reus hat sich entschieden, auf die Kapitänsbinde von Borussia Dortmund zu verzichten, sodass der Verein in der nächsten Saison. Wenn die Entscheidung einen neuen Kapitän haben wird, Reus gab bekannt, dass er die Entscheidung getroffen habe, als Kapitän des BVB zurückzutreten. Der 34-Jährige hat beschlossen, vor seiner möglicherweise letzten Saison beim Verein zurückzutreten. Reus sagte, er habe die Entscheidung in der Sommerpause getroffen und fügte hinzu, er sei zuversichtlich, dass der Verein einen würdigen Nachfolger finden werde, ich habe über die Feiertage darüber nachgedacht und beschlossen, auf die Kapitänsbinde zu verzichten. Ich hatte das Vergnügen, fünf Jahre lang stolz die Kapitänsbinde zu tragen. Es war eine große Ehre für mich. Reus wurde 2018 nach der Entscheidung von Marcel Schmelzer, zurückzutreten, zum Kapitän von Borussia Dortmund ernannt. Der offensive Mittelfeldspieler bestritt insgesamt 387 Einsätze für die Schwarzgelben und ist außerdem der zweithöchste Torschütze des Vereins aller Zeiten. Die Entscheidung von Marco Reus ist keine große Überraschung, da er Ende der letzten Saison seinen Platz in der Startelf verloren hat. Durch den Verzicht auf das Kapitänsamt kann er in der nächsten Saison ohne diesen zusätzlichen Druck spielen. Die Borussia ist nun auf der Suche nach einem neuen Kapitän, wobei Torwart Gregor Kobel als Favorit auf die Kapitänsbinde gilt. Der Schweizer hat sich seit seinem Wechsel von Stuttgart zum BVB im Jahr 2021 als echter Teamleader etabliert. Emre Ken, Niklas Süle, Sebastian Haller, Julian Brandt und Nico Schlotterbeck sind weitere mögliche Kandidaten, die Sebastian Kiel und Edin Terzic in Betracht ziehen könnten. Mats Hummels war in der vergangenen Saison Vizekapitän des BVB. Doch die Chancen stehen gut, dass die Verantwortlichen mit Blick auf die Zukunft einen neuen Kapitän ernennen werden. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.